Mein Name ist Waldemar Ilk. Ich lese jetzt ein Lied von mir. Das war in Russisch schon mal und jetzt auch in Deutsch. O beneide die Nichts, denen besser es geht, und bewundere die Glücklichsten nicht. Siehe Christum dir an, und sein Licht, das noch brennt, ergibt Suchenden Wahrheit und Licht. Suche nicht deinen Vorteil und suche nicht deinen Ruhm. Suche nicht mehr als andere zu sein. Siehe Christum dir an, er ging dienend herum, und er liebte den Freund und den Feind. Werd nicht stolz, wenn du stehst. Siehe zu, dass du nicht fällst, denn der Teufel geht widend herum. Siehe Christum dir an, er besiegte die Welt, doch er bat Gott um Stärke und Ruhm. Kränk dich nicht um Verluste, um irdischen Kram. Trauere nicht, dass die Jahre fliehen fort. Siehe Christum dir an, er macht heute noch rein und bringt uns einst einen herrlichen Wort. Er macht heute noch ein, er macht. Vielen Dank.